Das bedeutet, dass Sie jetzt akzeptieren, dass Daniel und ich heiraten wollen. Allerdings soll es nicht heißen, dass ich Sie plötzlich gut bleiben mag. Was ist denn los? Ich hatte gerade eine wirklich, wirklich unheimliche Begegnung mit deiner Mutter. Wenn Julia das hier sieht, dann wird ihr schlimmster Albtraum wahr. Da wird nichts anderes übrig bleiben, bis ihr dann Sohn zu verlassen. Was soll das? Was haben diese Fotos zu bedeuten? Deine Mutter ist für den Tod eines Menschen verantwortlich. Bis zum nächsten Mal.